Finden sie AJs Zimmer. Ich sag jetzt einfach mal AJ, weil es kürzer ist und weil man es so gut mit AJ Gale verwechseln kann, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Watchdogs Bad Bloods. Da vorne tingeln schon welche umher. Wir hocken uns jetzt erstmal hier hin. Ich wollte ja unsere Pistole wieder ausrüsten. Tja, ist die Frage. Haben wir hier eine Kamera? Bei so einer guten Villa muss doch eine Kamera von sein. Wir müssen bloß erstmal eine finden. Na, da wäre ja gleich eine, eine mobile. Da stehen wir. Da wäre schon einer. Lieber eine stationäre, weil hier muss ich mich darauf verlassen, wie er so herumläuft. Und das finde ich leider nicht so prickelnd. War da hinten ein Glühwürmchen? Ja, das war wohl ein Glühwürmchen. Oh, die Musik. Etwas bedrückend. Hm, aber aktuell sehe ich bloß zwei. Da ist ein dritter. Ich sehe ihn, aber warum wird er nicht markiert? Oh Mann, ist doch gemein. Guckt er gerade zu ihm? Ja, so können wir... Oh, deswegen mag ich die mobilen Leute nicht so sehr. Aha, Kommunikatorstörn. Ein Soldat. Hier wäre auch eine Kamera. Aha. Ich will mich erstmal umschauen um das Haus herum. Alle entdecken, damit wir nicht überrascht werden. Da unten wäre wieder einer. Da oben auch. Oh, außer Reichtweite. Dann... Immer noch? Dann gehen wir mal in das Haus. Cool. Das ist der Malwurf, den... Den sie so abgestochen haben, als wir noch bei der Fabrik waren. Ich dachte, du hast Abstechen gesagt. Das war wohl zu viel. Und er lebt wohl noch. Sie haben ihn hier untergebracht. Provisorisch, medizinisch eingerichtet. Hm, hier können wir schon mal entriegeln. Also, wir haben ihn gefunden. Da könnten wir anlocken mit dem medizinischen Gerät, damit er stirbt. Da könnten wir was einsammeln. Damals, als wir auf die Hochbahn geflüchtet sind, da lag ja was auf dem Sofa. Das habe ich ja liegen lassen. Aber gut, dann gehen wir mal raus. Ich denke mal, ich hoffe, ich habe jetzt soweit ganz viele bekommen. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Kann ich den niederschlagen? Ja, so schlimm ist er dann doch nicht. Bestenfalls erstmal wieder... ...unentdeckt vorgehen, damit wir es einfacher haben. Ich muss ja an sich bloß ins Haus rein. Lieber den hinteren, aber dann sieht der das sofort. Eigentlich erst ihn, dann ihn und dann ihn, weil die in diese Richtung schauen. Hm. Den könnte ich ablenken. Jetzt aber gerade nicht. Warum? Weil wir nicht direkt auf ihn schauen. Hier vielleicht? Nee. Ich will ihn jetzt nicht abknallen. Ich will eigentlich ihn eher ablenken. Dann kümmere ich mich erstmal um ihn, weil er alleine steht. So, Kopf anvisieren jetzt. Zack. Alles Taktik, dieses kurze Anwesen, damit ich einfach seinen Kopf drauf habe, wenn ich beim letzten Mal einfach schießen will. Ja, dein Kollege ist gestorben. Das stimmt. Oben und einer steht unten. Wir müssen ja nicht vorne rein. Das war's mit ihm. Da hoch können wir nicht. Laut Kater ist noch einer hinten am Haus. Das ist nicht gut, weil dann sieht er ihn gleich. Kann ich ihn schon markieren? Ich sehe gerade niemanden. Ich nehme auch niemanden wahr. Steht genau an der Ecke. Da ist er doch. Oh, gerade noch so bekommen. Ich hoffe, die anderen haben nichts spitz bekommen. Das war nicht so gut. Wir müssen wohl doch vorne rein. Hätte gedacht, wir können hier einfach irgendwo hoch. Dann hätten wir es ganz, ganz einfach. Aber ist wohl leider nicht. Dann müssen wir wohl über den Haupteingang. Dann gehe ich aber über diese Seite. Baut Bomben aus Alltagsgegenständen oder mit Alltagsgegenständen. Wenn wir einfach mal beim Text bleiben. Gerade etwas unvorsichtig. Hier könnte ja was lauern. Laut Karte wäre da hinten einer. Ich packe mich aber erstmal hier dran. Es sind nur noch vier. Da hinten ist er. Da. Okay, innen kommen. Ja. Dankeschön. Kommunikator stören will ich jetzt nicht unbedingt. Sieht du uns da durch? Krasser Typ. Leider können wir keine Steinchen werfen. Wie bei Far Cry. Ich treffe den Kopf jetzt nicht, ne? Jetzt ist er hinter der Deckung. Dann hauen wir einfach mal ab. Der weiß, dass auf ihn geschossen wird. Es ist eigentlich nicht gut. Aber ihn scheint es nicht groß zu stören. Also wenn auf mich Schüsse fliegen, würde ich anders reagieren. Aber er ist da nicht so pingelig. Er bekommt das wohl jeden Tag zu spüren. Seine anderen Kollegen haben das auch nicht wahrgenommen. Die sind so doof. Oh. Kann ich in den Busch gehen? Oh, hier ist noch eine Mauer. Ein Glück. Ah, ihn will ich jetzt eigentlich noch nicht schon bringen, weil ich steht genau in der Mitte. Habt ihr die Textnachricht gelesen? Fein. So kann man Leute auch ablenken. Da sind sie wirklich erstmal abgelenkt. Und ich bin gerade auch etwas abgelenkt, könnte man meinen. Ging aber noch gut. Dann komm mal zu uns. Wenn du uns gesehen hast, dann komm doch weiter zu uns. Da leg dich einfach schlafen. Ja, die haben das doch mitbekommen. Schade. Wir sind noch unentdeckt, aber die wissen, dass wir kommen. Aber es sind eben nicht mehr so viele. Hauptsache, die rufen keine Verstärkung. Ich hab nichts gehört. Na sowas. Zweimal auf den Hintern und auf die Nuss. Zweimal. Schön. Takedown. Jetzt könnten wir rein und müssen dann nur noch den einen oben am Balkon umbringen. Kommst du denn her? Ja gut, hier drin haben wir ihn nicht wirklich aufgeräumt. Das ist das Problem. Ich hab bloß eine Kamera. Ich wollte ihn eigentlich ablenken. Wir britzeln und blitzeln hier rum und die... Ah, jetzt haben sie uns leider. Ist mir eigentlich egal, weil wir geschaffen das schon. War aber schön, so herumzuschleicht. Ich hab noch die falsche Waffe. Hoppala. Könnt ihr durch die Wände schießen? Ich weiß ja nicht. Ich hab das Ziel. Blöd Mann. Können wir durchschießen? Versteckt er sich hinter einem Holzgeländer, was nicht immer geschlossen ist? Wer schießt denn da noch? Nur da oben. Hilfe! Haben wir das Holz zerschossen? Aua, er bekommt uns zerschossen. Laut Karte sind es noch vier. Der, der außen auf dem Balkon stand, ist wo runter gehöpft und kommt jetzt rein. Er schaut sich das Haus an. So, hör doch mal auf da oben. Können wir ihm am Fenster einen Kopfschuss geben? Nee, ist alles verrammelt, oder? Ja, kommen wir nicht hin. Das sieht ja aus wie ein Job für Eugene. Na dann, danke für den Hinweis. Hast du hier irgendwo eine Luke entdeckt oder warum bist du jetzt auf den Gedanken gekommen, T-Bone? Geht's denn hier hin? Hätte man hier auch reingekonnt? Unten beim Keller? Aber interessant, was es hier alles gibt. Kamera, Munition voll. Anlocken. Hier unten waren sie wohl. Oh, da ist ja was. Kommt von hier her. Ich seh nix, weil alles rot ist. Aber die sind weg. Na, immerhin. Da war ich jetzt aber sehr unvorsichtig. Kann man da rein? Oh. Ja, so kann man sich auch eliminieren. Dann dürfen wir jetzt nochmal von vorne anfangen, oder? Ich hätte erst mal lesen sollen, was da steht. Ich dachte, ja, da die Türen trägeln. Ah, zwischengespeichert. Das war auch nicht so günstig. Sucht weiter. Sie haben uns noch nicht gesehen. Sie wissen aber, dass wir hier sind. Na gut, bei so einem engen Haus. Jetzt kommen sie wieder alle aus dem Keller. Ist es nicht verwunderlich, weil... So viele Leute, so wenig Platz. Da läuft man sich zwangsweise über den Weg. Aber noch ist noch nicht die wilde Ballerei losgegangen. Lass das, ja? Das war knapp. Ich muss jetzt zwei Türen im Auge behalten. Jetzt ist aber gerade niemand hier. Du kommst hier nicht mehr weg! Das Spiel ist aus! Es liegen ja Tote von ihnen rum, deswegen wissen die, dass wir hier sind. Ist ja verständlich. Wenn hier einer hochkommt, würde ich ganz gerne Knips machen. Wäre aber niemand. Da hinten in dem Raum wäre einer. Können wir uns ja mal hinbewegen? Ja, ist nur hinter der Wand. Hinter der Wand. Leckdisch? Ja, wir gewinnen. Außer wir sprengen uns selbst in die Luft. Da nicht. Ist der Sack oben? Oben läuft auf jeden Fall einer rum. Auf wen schießen die denn jetzt? Ich will ja ganz gerne mal die Kamera daneben, damit ich erstmal markieren kann. Hauptsache, die schießen uns jetzt nicht ab. Aber auf was schießen die denn? Die dürfen. Die dürfen, Leute. Oh Gott, jetzt kommen sie uns und hauen uns weg. Ja, das meinte ich damit. Jetzt kommt hier einer runter. Okay, dann ballern wir uns einfach durch. Das schaffen wir schon. Ich spreng mich einfach nicht selbst in die Luft. Das wäre bloß eine Kamera. Da habe ich jetzt mal abgewartet, was da über ihm steht. Nicht, dass wir nochmal so eine dumme Beutelaktion wie gerade eben mit dem Sprenger leben. Der ist oben. Was gibt es denn hier hinten noch? Ach du Kacke. Da war was zum Sprengen. Ja, was ist hier los? Alter, sind die krass drauf. Ich könnte euch ja mal im Keller besuchen. Mal wieder. Aber die meisten sind wirklich oben. Da könnte ich mal sprengen. Mach ich auch. Aber diesmal spreng ich andere. Ach man. Anlocken? Nein, will ich nicht. Da kann ich leider nicht durch. Da fehlt mir ein Zugangscode oder eine Schlüsselkarte. Die Waffen lasse ich mal liegen. Hier liegt Munition. Kamera, Munition. Dann gehen wir mal oben und machen die anderen noch Platz. Wir wollen jetzt auch mal vorankommen. Wenn ich schon nicht unbemerkt bin... Das sieht ja aus wie ein Job für Eugene. Ach so, deswegen. Stimmt's. Na, dann machen wir das mal. Aber da müssten wir eigentlich in Sicherheit sein. Gott, wenn die uns hier erwischen. Ich würde mir gar nicht ausmalen, wie ich mich ärgern würde. Dann fahren wir mal hoch. Ich dachte, hier kann man hochfahren. Hier fährt man ja bloß rum. Schade. Am Ende machen die unsere Autoschen kaputt. Das geht bestimmt. Da wäre jemand. Oh, hallo. Oh Gott, der kommt zu uns. Äh. Ja, ich stehe direkt vor der Tür. Ein Glück habe ich darauf geachtet. Sonst wären wir jetzt nämlich brei. Ja, es wäre ein Job für Eugene, wenn wir umentdeckt wären. Aber so nicht. Stimmt, das Auto haben wir auch noch. Schon wieder fast vergessen. Ich gehe jetzt einfach mal hoch und mache die platt. Irgendwo hier muss er doch. Er nährt sich. Ja, wir wissen ja, wo er ist. Aber ich will erst aufräumen, bevor ich hier mich um den Kollegen kümmere. Um den AJ. So, du bist da drüben. Nicht mehr lange. Nicht den PC zerschießen. Was gibt es denn hier oben noch? Was zum Anlocken? Eine Kamera? Meinst du? Stimmt. Ja, holt ihn. Da ist was dran. Ist der jetzt nicht mal markiert durch das letzte Mal? Ist der jetzt da drin? Wir müssen da rein. Ich weiß, aber ich will eigentlich... Erstmal den roten. Der ist unten, oder? Da gehe ich jetzt aber nicht hin, weil da muss ich ja wieder den ganzen Weg außen herum. Jetzt muss ich hier aber nochmal aufmachen, weil wir gestorben sind. Und rein da. Hallo. Herr Abgestochener. Alex. Nein, bitte nicht. Schon okay, schon okay. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Die Schweine. Das sieht übel aus. Die haben mich abgestochen. Du musst dich beruhigen. Mann, Trinkeo. Shh. Du bist Raymond Kenny. Die suchen nach dir. Wenn ich dich von der Maschine nehme, meinst du, du kannst dann... Ich spüre meine Beine nicht. Oh. Okay. 9-1-1. Was ist Ihr Notfall? Ein Informant. Der Cops wurde niedergeschossen. Die soll sich beeilen. Sir? Sind Sie noch da? Hallo? Ich muss wechseln, wenn die Cops kommen, also. Wenn du mir irgendwas über Bloom sagen kannst. Ein Name. Egal was. Ich war hinter Blooms Buchhalter hier. Der Typ heißt Jack Feinley. Ich kam nie ran an den Boss. Aber Jack. Versprich mir, dass du den Schweinen weg tust. Warte, bis sie nah genug dran sind. Dann sieh aufs Gesicht. Hast du verstanden? Du schaffst das. Also, T-Bone ist schwer in Ordnung. Gefällt mir. Hallo? Ja, wenn wir ganz nett sind, räumen wir hier noch auf, bevor... Oh, wir sterben. Bevor... Polizei kommt. Oh, Helikopter. Och, Kacke. Ich schaue über... den Balkon ab. Scheiße. Hier gibt es jeden Moment eine Schießerei. Aber genau das könnte ich brauchen, um hier rauszukommen. Hier spricht die Polizei. Verlassen Sie das Gebäude. Legen Sie Ihre Waffen nieder, sonst erlüpfen Sie das Feuer. Der Helikopter muss weg. Der nervt so sehr. Ach Gott, die sind alle auf der Seite. Auf der anderen aber auch. Ich will mich jetzt eigentlich nicht mit den Cops anlegen. Das ist ein böser Rotas. Kein Cop. Der steht mir nämlich genau im Weg. Der muss weg. Ich renne da jetzt nicht vorbei. Ja, hier ist gerade die Flanke frei. Da gehen wir mal lang. Verlassen Sie das Gebiet. Der Helikopter bekommt gerade wieder Saft. Wir sehen schon jemand in dem Leben. Ein Zeichen kommt besucht. Wir drehen noch eine Runde. Oh, oh, oh. Es geht wieder gut. Ich schaue immer auf die Anzeigen. Da oben sitzt auch noch einer. Und hinter uns. Oi, oi, oi. Hallo. Kommen Sie mal her. Oh Gott, hoffentlich schießt der Helikopter nicht auf uns. Sie wurden getötet. Schlechte Medizin. Schlechte, schlechte Mission. Schlecht, schlecht, schlecht. Dann gehen wir direkt hier raus. Und vielleicht kann ich es jetzt eher schaffen. Ich wollte über den... Ich hätte nicht gedacht, dass sie schon so schnell hier sind. Deswegen bin ich da vorne über den Haupteingang raus. So, jetzt kommt hier einer. Scheiße. Scheiße. Hier gibt es jeden Moment eine Schießerei. Aber genau das kann ich verlaufen. Es geht schon los. Wir sind mittendrin, T-Bone. Das schaffen wir doch wieder nicht. Helikopter, hau ab. Ich bin um die Ecke. Da ist kein Punkt, zum um die Ecke gehen. Das wird immer roter. Oh, nochmal gerettet. Der hat so ein Schwein gehabt. Boah, die sind echt übel, die Polizisten. Aber so sind sie nun mal. So haben wir sie kennengelernt. Ich will jetzt ganz gerne hier raus, über diese Seite. Ich sehe nichts durch das Laub. Und der sieht uns umso besser. Oh Gott, wie viele das hier sind. Rausschleichen. Ja, aber da gibt es einfach nicht viele Deckungsmöglichkeiten. Es ist nicht so einfach wie bei For a Cry. Nochmal. Wenn der Helikopter gleich wieder hier aufzingelt, dann wird der sofort ausgeschalten. Das Problem ist, hier habe ich eine Deckung. Ja, schön, aber da vorne stehen sie ja. Rausschleichen. Scheiße, wir haben jetzt jeden Moment eine Schießerei. Aber genau das können wir nicht brauchen, um hier rauszukommen. Hier spricht die Polizei. Verlassen Sie das Gebäude. Leiden Sie Ihre Waffen nieder, sonst eröffnen wir das Feuer. Wie konnten die uns denn finden? Ist doch egal. Halt sie auf. Wenn jetzt wir uns nicht vorkommen. Ja, die haben uns wieder gesehen. Es klingt, als ob die hinter uns stehen, aber ist das gar nicht der Fall. Na ja, ich würde einfach mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. In der nächsten Folge in aller Ruhe schaffen wir das irgendwie mal hier lebendig raus. Und bis dahin, macht's gut und tschau tschüss.